Hallo, ich heiße Patrick Schaar und bin Ihr Produktmanager für Wohnwagen bei LMC. Gerne möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen die Baureihe Musica einmal genauer vorzustellen. All inclusive, in dieser Baureihe bleiben keine Sonderwünsche offen. Jede Menge Serienausstattung und unsere bewährte Long Life Technology sind natürlich mit an Bord. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit unserem Produktfilm. Erhüllter Fahrkomfort. Unsere serienmäßigen Alufelgen bieten Ihnen viel Sicherheit auf der Straße und lassen sich nebenbei auch noch gut ansehen. Ein optischer Hingucker. Serienmäßig aufgesetzte Säulen, auch Bug und Heckteil, lassen Ihren Wohnwagen zum König der Straße erstrahlen. Ungeziefer AD. Lassen Sie keine ungewollten Gäste in Ihren Wohnwagen. Mit unserer serienmäßigen Fliegenschutztür steht einem unbeschwerten Urlaub nichts mehr im Weg. Sie lieben lichtdurchflutete Räume? Dann werden Sie unsere serienmäßige Panoramadachhaube Skyview lieben. Der Name sagt es schon. Ein Himmelsblick ist garantiert. Geschickt untergebracht. Durch unseren serienmäßigen mobilen Abwassertank im Gaskasten erleichtern wir Ihre tägliche Nutzung im Handumdrehen. Schnell und effizient. So könnte man wohl die serienmäßige Therme für Ihre Warmwasserversorgung bezeichnen. Diese nutzt nämlich die bereits vorhandene Heizungswärme, um Wasser zu erhitzen. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Den Anschluss verlieren? Nicht bei LMC. Die serienmäßigen Anschlüsse von 230 Volt, 12 Volt, TV und Gas finden Sie beim Musica kombiniert an einem Platz. Alles auf einen Blick und das inklusive. Seien Sie Herr über Technik und Funktionen Ihres Fahrzeugs. Exklusiv per Knopfdruck. Ausführliche Informationen finden Sie unter dem Bereich Konnektivität. Long Life Technology. Drei Wörter. Ein Versprechen. Sicherheit, Langlebigkeit und Wertbeständigkeit. In jedem Fall. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zu dieser Baureihe finden Sie auf unserer Homepage. Und sollte Ihnen dieser Film gefallen haben, abonnieren Sie unseren Kanal. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020